Der Colwana Brainiac war ein unvergleichliches Genie. Doch ich bin ein Gott. Kein irrer Intellekt kann mir das Ziel meiner Rache stehlen. Superman wollte sich mir nicht beugen, verweigerte mir die Erde und tötete meinen Sohn Carlyback. Er litt Qualen und verging. Aber nicht bevor ich ihm sagte, was danach kommen würde. Kara Soll erwies sich als zäh, doch letztendlich brach die Saad ihrem Geist. Sie ist eine mächtige Waffe. Eine echte Anführerin meiner neun unbesiegbaren Paradämonen. Geklont aus der DNS von Superman. Superman nahm mir mein Blut. Die Rechnung ist beglichen. Das ist das Erbe von Darkseid.